Im letzten Teil der Betrachtung der holzartigen Biomasse wollen wir uns die Herstellung von Holzpellets ansehen und auch ein paar zentrale Eigenschaften. Also wie funktioniert jetzt die Herstellung von Holzpellets und von entsprechenden ähnlichen Produkten, also Holzhackschnitzel oder Holzbriketts sogar, was passiert. Also der Vorgang ist folgendermaßen, wir haben die Anlieferung mit dem LKW, da wird also das Rohmaterial dann angeliefert, das heißt hier ist jetzt die Anlieferung des Rohmaterials. Das sind dann typischerweise Sägespäne, Hobelspäne, innenrindete Hackschnitzel, die entstehen oder entstanden sind, die kann man dann verarbeiten zu den Holzpellets. Das sind ja diese kleinen Stifte. Was nun passiert ist, über den Schubboden geht es dann in die Trocknungsanlage. Das heißt also, dieser Holzrohmasse wird das Wasser entzogen, typischerweise bei 60 bis 90 Grad Celsius. Wir haben ja in dem vorherigen Video gesehen, wir müssen jetzt den Wassergehalt reduzieren und folgendermaßen bei den Holzpellets, wollen wir das standardisieren, dass die alle gleiche thermische Eigenschaften haben. Diese Holzspäne werden dann zwischengelagert. Was wir dann noch brauchen, ist noch eine, ich nenne es mal Abscheider. Das heißt, dort müssen wir natürlich dann nochmal prüfen, dass dort Fremdmaterialien von den Holzschnitzeln getrennt werden. Das können Steine sein, das können Metalle sein, die man dann nochmal über entsprechende Metall- und Schwergutabscheider rauszieht. Als nächster Schritt kommt die sogenannte Hammermühle. Diese Hammermühle dient dazu, unser Rohholz dann zu zerkleinern auf Späne auf weniger als 6 Millimeter. Das heißt, wir haben noch eine entsprechende Standardisierung und Normierung unserer Späne. Dann kommt als nächstes der Konditioneur. Denn dadurch, dass diese Späne ja alle die gleichen thermischen Eigenschaften haben sollen, brauchen wir gleiche Bedingungen für alle Späne. Das ist dann unter anderem passiert jetzt hier nochmal eine Befeuchtung. Man sagt ja, eigentlich wollte ich das gerade getrocknet haben. Nein, man will ein Feuchtigkeitsgehalt von 10 bis 15 Prozent haben. Und man gibt auch noch eine Stärke-Zugabe von Stärke, damit die Pellets alle die gleichen Eigenschaften haben. Danach geht es nochmal in einen Reifebehälter, damit die Späne alle gleichmäßig durchfeuchtet werden. Und unsere Pellets kommen dann nochmal in eine Matrizenpresse. Das heißt also, nachdem sie 10 bis 15 Minuten in dem Reifebehälter gelagert wurden, damit das Wasser sich gleichmäßig verteilen kann, innerhalb der Späne, geht es dann in diese Matrizenpresse. Das heißt, durch Walzen wird das Holz verarbeitet und am Ende entsteht ein stabiler Pellet. Das heißt, hier raus kommen dann unsere Holzpellets und die kommen dann in ein Pellet-Silo. Und können dann entsprechend abtransportiert werden. Das heißt, es ist ein relativ linearer Prozess bei der Herstellung dieser Holzpellets. Wie gesagt, Ziel ist es bei dem gesamten Prozess, dass am Ende die Pellets gleiche Eigenschaften haben. Was man jetzt berücksichtigen muss bei der Trocknungsanlage, also nicht jetzt eine technische Anlage. Da brauche ich dann natürlich Energie für, um die Pellets zu trocknen. Das heißt, man bläst in dieser Trocknungsanlage die Späne warme Luft ein, braucht dann nicht entsprechende Ventilatoren, die mit entsprechender Leistung arbeiten können, damit auch alle Holzspäne getrocknet werden. Das ist energetisch schon aufwendig. Abhängig jetzt von der Form, von der Oberflächeneigenschaften der Späne ist das schon ein sehr energieintensiver Prozess. Das zu erreichen, also diese Trocknung zu erreichen, wenn man diese Pellets oder diese Holzspäne lagert, dauert viel zu lange. Das ist im industriellen Maßstab gar nicht sinnvoll umsetzbar. Aber deswegen diese Trocknungsanlage, da müssen wir natürlich dann elektrische Energie zuführen. Was natürlich dann auch indirekt einen Einfluss auf die Treibhausbilanz von Holzpellets hat. Denn eigentlich könnte man ja argumentieren, dass Holzpellets klimaneutral sind bei der Verbrennung, weil die Pflanze ja vorher das Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufgenommen hat. Wenn ich jetzt aber für die Verarbeitung und die Trocknung elektrische Energie brauche und damit natürlich Treibhausgasemissionen habe, wenn es kein Grünstrom ist, verschlechtere ich damit natürlich die Treibhausgasbilanz dieser Holzpelletproduktion. Welche thermischen und energetischen Parameter haben jetzt diese Holzpellets? Das müssen wir uns mal einmal angucken. Also entscheidend bei den Holzpellets ist natürlich zunächst einmal der Heizwert. Der Heizwert, der beträgt ungefähr 4,9 Kilowattstunden pro Kilogramm. Das heißt, das ist schon sehr nah an dem Optimum. Was dann immer noch wichtig ist, ist natürlich die Dichte der Holzpellets. Das ist typischerweise um die 1200 Kilogramm pro Kubikmeter. Also daraus lässt sich dann der Volumenbedarf ermitteln. Wobei man jetzt berücksichtigen muss, das ist jetzt die Dichte von einem Pellet. Entscheidender bei der Nutzung von Holz als Energieträger ist das Schüttgewicht. Oder dann die Raummaße. Das gucken wir uns gleich mal an. Also erstmal das Schüttgewicht. Das sind 650 Kilogramm. Und dann pro SM hoch 3. Damit meinen wir den Schüttraummeter. Also man unterscheidet bei Holz oder grundsätzlich jetzt drei Arten der Volumina. Dann gucken wir uns das mal darunter an. Wir haben den Festmeter. Wir haben den Raummeter. Und wir haben dann als dritte Art noch den Schüttraummeter. Also der Festmeter ist das Maß, ein metrisches Raummaß. Wenn wir jetzt das Holz lagern, dann haben wir erstmal, also der Festmeter ist dann das kompakteste, was wir haben können. Da ist dann das Holz wirklich ganz eng gepackt. Der Raummeter, was man dann macht, ist, dass man die Holzscheite auf einer Länge von einem Meter bringt und dann sauber aufstapelt. Jetzt in der entsprechenden Vorrichtung. Da haben wir natürlich dann das Problem, dass wir immer noch Luft haben, die dazwischen ist. Weil natürlich diese Holzscheite nicht perfekt ineinander passen. Das heißt, der Raummeter ist natürlich immer größer oder braucht immer ein größeres Volumen als der Festmeter. Das halte ich jetzt ab von der Art des Holzes. Aber da sind wir so ungefähr bei, also wenn wir mal sagen, der Raummeter ist 1, dann haben wir, der Festmeter ist 1, dann sind wir beim Raummeter ungefähr bei 1,4. Das sind so 30, 40 Prozent mehr als der Festmeter. Und dann haben wir noch den Schüttraummeter. Also wenn wir das jetzt nicht sauber aufstapeln, das Holz, oder der Raummeter wäre wirklich, wenn wir jetzt hier so einen Kasten haben, dann haben wir jetzt hier das Holz wirklich so gut es geht, aufgestapelt. Hier diese einzelnen Holzscheite. Ich zeichne die immer etwas wild ein. Da habe ich natürlich immer so ein bisschen Luft dazwischen, die sich da sammelt. Aber das ist dann der Raummeter. Und wenn ich jetzt diese Holzscheite einfach in dieses Behältnis hier kippen würde, dann würden sie sich ja irgendwie anordnen und sehr viel Volumen einnehmen. Und das ist dann der sogenannte Schüttraummeter. Das sind auch da wieder abhängig natürlich jetzt von der Art des Materials. Da sind wir so beim zweieinhalbfachen Vergleich zum Festmeter auch da eigentlich, wie gesagt, stark davon ab, was das für Holz ist. Was das für Holzscheite sind, wie lang die sind, wie wir die Schichten und so weiter. Das muss man entsprechend natürlich berücksichtigen. Aber da hat man so ein grobes Gefühl dafür. Und entsprechend, das geht natürlich dann auch bei dieser Holzpellets. Also wir sind bei 650 Kilogramm pro Schüttraummeter. Wir haben noch andere Arten der Holznutzung. Also ich denke, ein zentraler sind dann die Holzhackschnitzel. Die kommen also vor allen Dingen in der thermischen Verwertung von Holz- oder Biomasseheizkraftwerken vor. Da hängt es so ein bisschen davon ab, wie gut diese Holzhackschnitzel getrocknet wurden. Das ist anders als bei den Holzpellets, die also vorverarbeitet werden. Die Holzhackschnitzel werden lediglich getrocknet. Der Heizwert liegt so zwischen 2,5 und 4,2 Kilowattstunden pro Kilogramm Hackschnitzel. Die Dichte, das sind so 190 bis 250 Kilogramm pro Kubikmeter. Und was man vielleicht noch angeben kann, das ist dann nochmal die Holzfeuchte. Also wie groß ist dann der Wassergehalt. Das sind so bei den Holzhackschnitzeln so 20 bis 30 Prozent Wassergehalt. Bei den Holzpellets durch diesen standardisierten Prozess, den wir hier oben gesehen haben, mit der Trocknung, kommen wir auf eine Holzfeuchte von unter 10 Prozent. Also von daher sind diese Holzhackschnitzel durch diesen Wassergehalt... Mal schauen wir jetzt mal hier dazu. Wassergehalt. 20 bis 30 Prozent haben damit natürlich einen entsprechend niedrigeren Heizwert. Das muss man dann berücksichtigen. Vor allen Dingen dann bei der Verarbeitung, wenn man jetzt verschiedene feuchte Hackschnitzel lagert, in einem großen Lager, weil die feuchten Hackschnitzel dann eine Gefahr darstellt, dass es dort in diesen Bereichen der feuchten Hackschnitzel dann zu einer Selbstentzündung kommen kann. Ansonsten in der thermischen Verwertung in einem Kraftwerk können wir mit diesen Holzhackschnitzeln arbeiten. Da ist die Vorpräparierung des Holzes auf die Holzpellets tatsächlich zu aufwendig. Das lohnt sich nicht. Das ist energetisch und damit auch wirtschaftlich nicht sinnvoll darstellbar. so schaffen dann die Standards ohne das dannserrechte heraus. Okay.